Jo und hallo Ali der Donut wieder hier und heute starten wir mit Level 5 Ok wir brauchen 3 und können 3 finden, haben aber schon 2 gesichert, das heißt 2 würden reichen, aber wir wollen ja trotzdem alle Jo was sehen wir denn hier schönes? Assepp exited the teleporter, he was surprised to find himself in a new environment A huge moon hung in the star filled sky taunting him with what he could not have and must yet achieve His resolve was firm, however he would show that moon Bäm, wir zeigen's dir du dummer Mond, oder was auch immer Ja wir sehen den Mond, wir sehen einen Metallzaun, wir sehen ein... Tja, gefahren hinweisendes Schild, wir sehen oben rechts einen Haken, den kann ich nicht greifen Ok Ah, kann ich mich dann irgendwie hin teleportieren? Ne, mit meiner nächsten Form, mit meiner bunten Form Nö, macht er irgendwas, er macht gar nichts Er hängt einfach dort rum und chillt ein bisschen ab Kann ich hier irgendwas machen, irgendwie wo drehen oder... Nö, nix, na gut Oh, Moment, Moment, hier geht's ja... Oh, 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 oh Kann ich das hier so rüberwerfen? Bäm Nose Nach rechts Nose Kann ich damit den Platz tauschen? Oh, es ist zu weit weg Nein, es ist zu weit weg Moment, Moment, ich starte nochmal fix neu Vielleicht kann ich ja einfach damit den Platz tauschen Du 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 Oh, so, und dann... Ne, ne... Damit kann ich irgendwie nicht den Platz tauschen Hm Ich kann, ich kann, ich kann... Okay, ich kann das Teil in der Luft festsetzen, aber was bringt mir das denn? Gar nichts Kann ich das... Kann ich so einfach das hier zu mir schieben? Ah, Moment, ich kann... Moment, das bringt auch nichts Was weiß Zu weit weg Hä? Wie jetzt? Hätte ich das irgendwie einwickeln können oder wie? Ich kann doch hier nichts sonst machen Was macht denn dieser komische Haken hier oben? Kann ich das reinhängen? Kann ich das vielleicht... Ich fall mal kurz runter Oh nein, ich bin tot! Secret? No secret Okay, äh... Kann ich das eventuell einfach zu mir ranziehen? Kann ich das nicht mal zu mir ranziehen? Die ist gelockt Was macht denn dieser komische Schalter da nach oben? Hm Ich hab noch ne Idee Ich habe noch eine Idee Kann ich das so hochziehen? Kann ich das... Kann ich die Kette einwickeln? Ja! Boah! Ich kann die Kette zwar so ein bisschen... Nein! Wieder zu weit weg! Einwickeln, aber es bringt mir anscheinend nichts Kann ich das so ein bisschen... Eindrehe oder so... Ah! Moment! Ich kann ja so machen! Aaaah! Logisch! Ich kann ja so machen... Und dann... Das Ding festsetzen! Yes! Was? Okay! War wieder einfacher als gedacht! Checkpoint! Ähm... Wee! Wee! Knows! Ah! Ich kann mich da vielleicht hin teleportieren Am, 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 am Und... Nice! Okay, was geht hier? Ja, hier kann ich mich rüber teleportieren Das seh ich doch Das ist doch einer von diesen neuen Teilen Piu! Und nach rechts wieder raus! Yay! Klu... äh... Leuchtwürmchen, Kluwürmchen To possess a shape that needs a clear line of sight between himself and the shape Okay, wir brauchen also eine klare Sicht zu dem Objekt Indem wir uns tun wollen Indem wir uns tun wollen Äh, das zu dem wir uns... Ja Zu dem wir uns tun wollen Also schiebe ich das hier rüber Eine Drehung mehr Zack, aktivieren und bam! Und da sind wir schon wieder ganz sicher Ähm, jetzt würde ich aber noch gerne an die Energy Ich sag mal... Moment... Abweil noch zu... Kann ich... Ich kann das nicht... Ah, das kann ich nicht nur so festsetzen Okay Alright Äh... Muss ich nochmal zurück das andere Ding holen oder wie? Wie komm ich denn da hoch? Muss ich... Ah, ich muss da vielleicht drüber springen Ja, das kann sein, das kann sein, das kann sein Ja, Moment Das probiere ich noch fix aus Äh... Das nicht nochmal... Das schiebe ich nochmal nach links So... Drehung Beamen 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 Beamen, sag ich dir Das heißt, ich beamen, verdammt Kann ich mich nur einmal beamen? What? What? Ich kann mich nur einmal beamen Nein, wieso denn das? Wieso kann ich mich nur... Einmal zu dem Objekt beamen? Okay, das wusste ich nicht Nochmal neu laden Yes Ich kann mich nur einmal beamen, das ist ja... Das kann ich mir nicht vorstellen, warum? Hm Okay Äh... Kann ich denn nicht in einer blauen Form auch? Ne Ich muss nochmal eine Form weiter wechseln Alles klar Dann nehme ich mal dich mit meinem kleiner Freund Mein kleiner Freund Zack Und ich schiebe dich mal hier durch So... Auf jeden Fall kann ich mich nicht in beamen, das ist klar Ja, richtig Wird auch nicht anders werden Äh... Dann schnappe ich mit dir... Dich... Äh... Schiebe dich hier drunter... Moment... So... Ja, das reicht doch aber nicht, oder? Aber ich kann das ja so... Ne, das geht nicht So komme ich da nicht hoch Ah, ne, 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 ne Ich überlege nämlich, ob ich mich da vom Prinzip aus dem Teil so ein bisschen raus... Äh... Schießen lassen kann, so nach oben hin Moment... Einde weiter So, und dann nach... Ne, geht nicht Aber so komme ich trotzdem ran Alles klar Okay Alright Okay Checkpoint Wow, Sternschnuppe im Hintergrund Yay Oh knows Äh... So, so... What? Verdammt Wie knapp soll man denn da durchkommen? Wow, ne, 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 ne Hä? What? Äh... Okay Kann ich eine von den Dingern mitnehmen? Ich hätte eine von den Dingern mitnehmen können Zum Schutz Ja, wobei, das bringt mir wahrscheinlich auch nicht so viel Okay, wir müssen uns einfach genau in die Mitte stellen Wuii Das macht Spaß So, hier hin Yeah Super Okay Alright Punktlandung Ähm... Was machen wir mit dir... Was machen wir mit dir, mein Freund? Ich kann dich packen Ich kann dich drehen Alright Und dann? Kann ich mich... Ne... Wie hoch kommt das denn? Bis hier hoch? Aha Äh... Kann ich damit die Plattform nach unten ziehen? Oder was soll das denn jetzt? Was soll ich damit? Damit... Ah, ich kann nach rechts gucken Okay Und dann? Hä? Was soll ich denn jetzt damit, bitte? Kann ich mich damit irgendwie schleudern, oder wie? Kann ich mich da reinversetzen? Ah, ich kann mich da reinversetzen Ah... Und muss mich dann sozusagen rausschleudern Na gut Also nochmal Wir wollen uns da rausschleudern Moment, ich kann mich ja... Ich kann mich ja direkt in die Form Yeah... Und dann... Ah... Ja... Ihr merkt schon, das sind Aha-Effekte On mass! Ähm... Nice! Alright, well done Hier muss ich mich offensichtlich nach oben katapultieren Äh... Höhere... Äh... Bessere Hebelwirkung wäre hier Würde ich so geben Und wir lassen sich von ganz weit umfallen Fast Yeah... Nice! Ah stimmt, ich kann mich ja nicht in der Form bewegen Hahaha... Verdammt Äh... Okay Äh... Moment, wie war das? So... Ja, ich muss das ja... Ich schieb das mal noch ein bisschen weiter nach links Damit ich direkt nach oben geschleudert werde Äh... So... Zack... Jetzt hier drauf Jetzt mach ich das mal anders Ich dreh mich in die Form zurück, wenn ich das loslasse So, da kann ich mich nämlich auch in der Luft bewegen Zack! Und jetzt muss ich mich nur nochmal hier rüber schleudern Alright! Das sollte kein Problem sein Also so... Und dann stelle ich mich natürlich wieder an den äußersten Punkt Schnapp mir den großen Klotz Und dann sag ich mal Schleuderattacke Maaam... Weeee... Ich kann fliegen Checkpoint Was gibt's hier wieder? After you lock a shape into position Switch the purple nose Es rollt runter Äh... Switch the purple nose And press the lock shape button on it again Then try dropping another shape on it Okay... Das habe ich wohl offensichtlich gerade verkackt Deshalb gehe ich mal baden Tschüssikowski So... Also... Ja... Ich denke ich habe das schon soweit verstanden Und zwar muss ich... Einmal... Einmal... Ich muss... Diesen Klotz in Luft... In Luft fixieren Ungefähr so... Ungefähr... Ja... So... So... Fixieren Dann... Dann... Wir müssen... Diesen Klotz drauf setzen Und dann Teleport... Teleport sauber wirken Nein... Das geht gar nicht Weil... Doch... Das gehen Woah... 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 Yeah... Captured... Ähm... Und jetzt nochmal? Ne... Moment... Ah... Und jetzt kann ich den nur noch einmal festsetzen Alright... Und dann muss ich so drüber springen Warum habe ich diesen komischen Akzent heute? Das ist ja ganz komisch... What? Wieso geht das nicht? Moment... Moment... Ich kann den nicht mehr in der Luft sichern Fuck... Aha... Es geht nur einmal... Hm... Das ist ja doof... Ja... Aber es zeigt mir doch an, dass ich das noch drehen kann Aber ich kann es ja offensichtlich nicht mehr drehen Ich kann ja... Wieso denn drehen? Was soll ich denn da drehen? Ich kann damit nichts machen... Hallo... Und jetzt komme ich damit auch nicht rüber Oh no... Ähm... Ne... Das muss ich anders lösen... Ich muss mich erst hoch teleportieren... Und dann... Auf diesen... Auf das Steinchen setzen... Äh... Dann try dropping another shape on it... Ja... Das habe ich schon verstanden... Äh... Switch to reform and press the lock shape button on again... Ah... Moment... Heißt das... Ich kann das... Ich kann so machen... Dann so... Und dann kann ich mich trotzdem noch nach oben teleportieren... Ah ok... Das wusste ich nicht... Und dann... What? Und dann... Was? 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 Warum? Wie was? Hä? Moment... Was ist jetzt passiert? What? Wie was? Warum? Äh... Wie... Warum sollte ich dass denn... hä? Kann mir das mal bitte kurz jemand irgendwie erklären? Ja, was ist denn aber mit mir dann? Was bedeutet dieses Symbol? Äh, lila hin teleportieren. Okay, ja und dann? Jetzt kann ich gar nichts machen, oder wie? Toll. Was mache ich dann damit denn? Ich stehe ja immer noch dort unten. Ja, und was bringt mir das? Kann ich mich dann Hä? Und dann kann ich mich in das Objekt reinsetzen, oder wie? Dann wäre ich sozusagen hochgeschleudert. Okay, also will ich das eigentlich ein bisschen drehen? Ich würde mal so, zack. Dann nehme ich da, Moment, das ist doch nichts heute weg. Ich setze dich mal hier hin. Dann, purple form. So. Und dann will ich dich so und dann lasse ich mich selber hochschleudern im Lobby. Verstanden! Okay, nice. Nice, nice, nice. Schönes Gimmick. Das gefällt mir noch wieder. Äh, Energy, die haue ich doch rein. Frist das, bam! Und ich gehe in mein Ziel und habe das Level wieder erfolgreich überstanden. Bzz, bzz. Bzz, bzz. Jo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video mit Level 6. Bis dahin und tschö tschö. Binnimm, ett, bitte, es geht nur noch. Beg, Vielen Dank.